Jennifer Connelly, eine junge, übersensitive Amerikanerin, wird von ihrem Vater auf ein Internat in die Schweiz geschickt. Dort erlebt sie Nacht für Nacht das Übersinnliche hautnahe. Und das Grauen überfällt sie. Unerklärliche Vorfälle spielen sich in diesem Internat ab. Und Jennifer steht im Mittelpunkt des Geschehens. Das Böse greift langsam Besitz von ihr und treibt sie zu Handlungen, deren sie sich am nächsten Morgen nicht mehr bewusst ist. Hilfe! Wartet! Wartet doch! Sie sind hinter mir her! Anhalten! Von allen Internatszöglingen für geisteskrank erklärt, flüchtet Jennifer sich in die Abgeschiedenheit der Natur und wird allmählich eins mit ihr. Eines Abends wird sie durch den bestialischen Mord an einer Mitschülerin je aus ihren Träumen gerissen. Und Jennifer besinnt sich wieder auf die Realität. Phänomena. Ein Film, der das Übersinnliche und die Realität verschmelzen lässt. Und diese Wesen spüren ganz genau, ob wir ihnen gut oder böse gesonnen sind. Ich bin ihnen gut gesonnen, Professor. Ich weiß. Glauben Sie, dass Insekten mediale Fähigkeiten besitzen? Ja, es mag vielleicht schizophren klingen, aber es ist so. Diese Fliege mag sie, weil Sie sie annehmen. Diese Fliege ist genauso wie wir Menschen ein Energieträger. Projizieren Sie ihr ihre Gedanken und vielleicht führt sie sie an den Ort, wo sich die Leichen der ermordeten Mädchen befinden. Mir stellt sich die Frage, ob der Mörder wirklich, wie die Polizei annimmt, ein Wesen aus Fleisch und Blut ist. Ich verliere langsam den Verstand, Professor. Das grenzt doch in Wahnsinn. Insekten-Schwärme überfallen das Internat, in dem sich das Böse versteckt hält. Ihr braucht für ihn keine Angst zu haben. Sie sind meine Freunde. Und werden mich beschützen. Für Jennifer wird ihr Albtraum zur Realität und sie begegnet dem unheimlichen Mädchenmörder in Gestalt einer scheußlichen Kreatur. Dario Argento, der Volksregisseur von Dämonen. Präsentiert Ihnen seinen neuesten Psychothriller Phenomena. Demnächst in Ihrer Videothek. Dario Argento, der Volksregisseur von Dario haben noch nie Pacifica verifies ride. Der Volksregisseur von Dario ist ja immer wiederstrecken.